Hier, unser Kühlschrank ist da und Hermes hat unseren Parkettboden verkratzt. Die Bajamas sind ja normalerweise nicht so cool oder nicht so sexy und sieht richtig, richtig geil aus. Ja, sorry, muss ich jetzt mal sagen. Hello, hello, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind wieder in Deutschland. Jetzt denkt ihr euch ja, wie, ihr seid doch erst weggefahren. Ja, wir waren nur drei Tage in Italien und dazu habe ich euch auch mitgenommen. Am Donnerstag kam ja schon der erste Vlog, aber mein Mann hat die Speicherkarte mitgenommen, sodass ich jetzt nicht zum Schneiden komme, der Videos. Und ihr hättet jetzt kein Sonntagsvideo, wenn ich heute nicht filme und deshalb machen wir das Ganze jetzt so. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem auf die weiteren Urlaubsvlogs. Wir waren ja in Lugano, Milano, Verona und in Venedig und dazu habe ich euch mitgenommen. Wie gesagt, die Videos dazu kommen dann eben nächste Woche. Schreibt mir gerne mal, ob ihr auch weggefahren seid über Ostern. Schreibt mal den Ort hin unten in die Kommentare. Vielleicht ist das ja eine Inspiration auch für uns bzw. für alle, die dies lesen. Dank einer lieben Abonnentin sind wir ja in das Splash Spa gefahren. Das war eben auch ein Tipp von euch. Ich hatte nämlich danach gefragt, ob ihr irgendeine Idee habt, wo wir hinfahren könnten über Ostern. Und ich finde das immer richtig cool, wenn wir uns darüber eben austauschen können. Und ja, schreibt mir das wie gesagt sehr, sehr gerne, wo ihr an Ostern wart. Das interessiert mich sehr. Ich habe mich jetzt soweit fertig gemacht und zwar habe ich mich geschminkt. Ich habe nämlich den Koffer ausgepackt und hier war eben mein Schminkzeug drin vom Urlaub. Hier ist mein neuer Spiegel, ideal für den Urlaub. Da hatte ich ihn auch dabei. Das ist nämlich total blöd. In den Hotelzimmern ist es ja meistens so, dass die Bäder innen liegend sind und da das Licht so, so schlecht ist. Und mit dem Spiegel hier, dann stellt man sich dann einfach ans Fenster und hat mal perfektes Licht. Den muss man einfach nur so zusammenstecken. Der ist von Amazon. Der war von 60 Euro reduziert auf, lasst mich nicht lügen, ich glaube 25. Ist batteriebetrieben oder man kann das Ganze mit Strom anschließen. Und hier ist halt richtig cool, hat mal so ein Licht. Zweifachvergrößerung und Dreifachvergrößerung, also richtig genial. Ich habe mich jetzt soweit fertig gemacht. Wie gesagt, ziemlich spät am Tag schon. Wir haben es schon mittags. Ich koche jetzt auch gleich, weil bei mir ja immer erst der Haushalt dran ist. Und außerdem war ich heute sehr lang in der Waschküche beschäftigt, natürlich. Wie es halt so ist, wenn man vom Urlaub kommt. Und deshalb habe ich mich jetzt erst geschminkt. Ich nehme euch jetzt wie gesagt wieder eine Runde mit. Ich hoffe, ihr freut euch. Draußen regnet es. Hunde und Katzen richtig ätzend. Ich habe gedacht, ich habe euch ein bisschen Sonne mitgenommen aus Italien. Aber scheinbar doch nicht. Ja, wir wollten eigentlich raus und ein bisschen Inliner fahren. Jetzt gucken wir einfach mal, was heute noch so passiert. Hier ist auch Lissandros Board. Und zwar ist es leider kaputt. Ich habe jetzt heute Morgen schon mit Unique telefoniert. Das haben wir ja dort gekauft. Scheinbar ist die Fernbedienung kaputt. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mal eine neue bestellt. Aber die kostet halt 60 Euro. Und der Kundendienst war jetzt aber gerade total freundlich. Haben mir alles erklärt. Ich soll es einfach verschicken. Also einfach ist gut. Das Ding wiegt halt 6 Kilo. Und das muss ich halt jetzt noch verpacken. Naja, so viel dazu. Ansonsten ist meine ASOS Bestellung jetzt auch komplett. Habe ich euch ja in meinem letzten Video erzählt, dass ich euch das Ganze dann erst zeige, wenn es komplett ist. Und hier ist übrigens noch der Karton von dem Spiegel. Das kann ich euch ja gerne mal unten in der Infobox verlinken. Wie gesagt, also ich finde es halt ideal, wenn man verreist. Genau, ansonsten hat der Postbote, als wir nicht da waren, noch was mitgebracht. Ein neues Schätzchen von MeinPunkt. Kann ich euch dann später auch noch zeigen. Aber jetzt gehen wir erstmal gemeinsam in die Küche. Und zwar hatte ich euch ja erzählt, dass ich den Air Fryer teste. Den Power Air Fryer. Und ich habe den tatsächlich auf Herz und Nieren getestet. Das hatte ich euch auch gesagt, dass ich das Ding erstmal auseinandernehmen werde. Und euch dann eben meine ehrliche Meinung darüber sage. Da haben sich auch schon einige gefreut dann eben, weil sie wissen wollten, wie ich das Teilchen finde. Damit mache ich heute auch was. Es gibt was ganz Schnelles heute, weil ich heute Abend Gäste bekomme. Und was Besonderes kochen möchte. Und deshalb gibt es halt jetzt einfach mal was Schnelles. Außerdem habt ihr es vielleicht schon entdeckt. Hier, unser Kühlschrank ist da. Yay! Wie lange habe ich jetzt auf diesen Kühlschrank gewartet? Ziemlich lange. Und Hermes hat unseren Parkettboden verkratzt. Danke Hermes. Unfassbar. Unfassbare Geschichte. Wir sind allerdings noch nicht fertig. Hier ist auch noch die Folie dran. Und da oben muss noch so eine Blende hin. Aber davon kann ich euch ja dann das nächste Mal berichten. Mal schauen, wie er überhaupt ist. Also ich muss erst mal gucken. Ansonsten bereiten wir jetzt hier mal was vor. Und zwar mache ich für mich Mozzarella-Sticks. Aber nicht diese hier aus diesem Rezept-Heft. Nein, ich habe tiefgefrorene. Ansonsten gibt es Chicken Wings. Natürlich getrennt voneinander mache ich die. Und der Alessandro bekommt Chicken Nuggets. Total gesund heute meine Küche. Mega. Seid ihr nicht so gewohnt von mir, ne? Also gut. Wir legen jetzt los. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Also das sind meine Mozzarella-Sticks. Ich habe die bei Edeka gekauft. Für die Fritteuse würde ich eineinhalb Minuten benötigen. Und für den Backofen fünf bis sechs Minuten. Hier steht jetzt, dass man zwölf Minuten benötigt für die, die man selbst macht. Jetzt sind die ja tiefgefroren. Also muss ich mal gucken, wie lang ich ungefähr brauche. Aber das sind halt dann Erfahrungswerte. Werde ich euch jetzt auch gleich sagen, wie lang die dann drinne waren. Von der Handhabung her ist es ja total einfach. Habe ich euch auch schon erklärt. Ihr geht einfach auf den Anknopf. Dann seht ihr schon, ihr könnt die Gradzahl einstellen. Und zwar hier. Dann die Zeitangabe. Also hier könnt ihr dann die Zeit eben eingeben. Und hier habt ihr noch ein Menü. Da habt ihr dann die Möglichkeit eben einzustellen, was ihr darin macht. Also jetzt waren gerade Pommes, dann haben wir hier noch so Schrimps, also Fisch. Dann haben wir Kuchen, Händchenschenkel. Und dann haben wir hier noch ein T-Bone-Steak und dann nochmal Fisch. Also wie gesagt, das ist von der Handhabung her total einfach. Hier ist der Korb. Den kann man dann natürlich auch noch rausmachen. Und zwar müsst ihr diesen Riegel einfach so vorschieben. Und dann könnt ihr euch das rausmachen, weil das muss natürlich auch gereinigt werden. Beziehungsweise, wenn ihr dann das Essen hier drinne habt, dass ihr euch das dann einfach so auf den Teller dann gebt. Und genau, also wie gesagt, das ist total einfach. Und jetzt schauen wir mal, wie lange die Mozzarella-Sticks hier drinne bleiben müssen. Und ansonsten habt ihr hier noch so ein Abtrennteil, dass ihr dann halt verschiedene Sachen machen könnt. So mache ich das dann später, dass ich hier die Chicken Nuggets reinmache und hier eben die Chicken Wings, die hier sind. Und hier habt ihr noch so ein Rezeptheft. Das sind ganz viele verschiedene Sachen. Eben auch Dessert, so wie diese Donuts zum Beispiel. Oder hier ist noch ein Stromboli, den wollte ich auch mal darin machen. Das wollte ich mal ausprobieren. Diese Kroketten mit Speck außenrum. Sieht auch sehr lecker aus. Hier sind eben diese Hähnchenstreifen und so weiter. Hier Frühlingsrollen, die kann man dann selbst machen. Also das sind jetzt auch keine fertigen, sondern hier stehen die Zutaten und hier eben die Zubereitung. Ja, und dann habe ich noch einen leckeren Kuchen entdeckt gehabt. Also zum einen diesen hier und diesen hier. Ja, also sehr vielseitig einsetzbar, das Schätzchen. Also gut, jetzt gucken wir mal, wie lange diese Mozzarella-Sticks brauchen werden. So, ja, das Allerwichtigste ist natürlich, dass man bei diesem Schätzchen kein Fett braucht. Also das ist eine Fritteuse ohne Fett. Wie krass ist das denn? Also kennt ihr das, wenn ihr dann so eingesuckte Pommes habt? Und bei dem Teilchen hier sind die richtig schön knusprig gewesen, aber null fettig. Also ich brauche keine Serviette unten drunter. Man legt ja dann so ein Zebra unten drunter, damit es so das Öl aufhängt. Und das habt ihr halt bei dem Teil überhaupt nicht. Und dadurch ist es natürlich gesünder und schmeckt trotzdem lecker. Also gut, die Mozzarella-Sticks sind drinnen und jetzt klingelt mein Telefon. Moment. Das war die Mama aus Italien. Sie wollte wissen, wie es in Italien war. Aber dann kam der Postbote bei ihr. Sie wird aber gleich nochmal anrufen. Während die Mozzarella-Sticks im Airfryer sind, kann ich euch ja noch ganz kurz meinen Schmuck zeigen von meinen Punkt. Und da ist auch die Bella. Oh Bella, gehen wir doch raus, Inliner fahren. Schnallen wir die Inliner dran? Die Sonne kommt nämlich jetzt raus. Yay. Also, kommen wir zum Schmuck. Der kam an, als wir im Urlaub waren. Und ich habe das ausgepackt und dachte so, oh mein Gott, wie schön ist das bitte? Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich an meiner linken Hand immer am Ringfinger einen großen Ring trage. Relativ großen Ring. Hier der Beweis. Der ist von Thomas Sabo. Den habe ich auch hier liegen. Ja, den liebe ich total. Den hat mir mein Mann zu Weihnachten geschenkt. Und der hier, der ist auch richtig schön groß. Und wie schön ist der bitte? Der ist so, so edel. Und wie gesagt, der ist von meinem Punkt. Ich habe dazu auch einen Rabattcode für euch. Und zwar nennt er sich Rossella mir 17. Nein, ich bekomme dafür kein Geld. Dass ich euch das jetzt sage, ich möchte es euch einfach nur mal zeigen. Weil ich eben auch oft danach gefragt werde und den so, so wunderschön finde. Ich habe den in Größe 17 genommen. Und der passt tatsächlich wie angegossen. Wunder, wunderschön. Wirklich. Ja, und jetzt klingelt schon wieder das Telefon. Das ist jetzt scheinbar wieder die Mama. Moment. 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 Oh. Schon wieder. Ma. Die. Aspetta ma. Aspetta un attimo. Ich lege euch mal kurz auf Seite. Und da sind sie, die Mozzarella-Sticks. Und jetzt sind die Chicken Wings dran. Die Chicken Wings sind fertig. So sehen die jetzt aus. Hm. Sieht nicht schlecht aus, oder? Wir machen jetzt mal den Test, ob die auch schön knusprig sind. Also das sind die Chicken Wings. Richtig knusprig sind die. Hier sind die Chicken Nuggets aus dem Air Fryer. Und hier sind die eben aus der Pfanne. Da heißt die Pfanne, weil wir wollten ja nochmal den Test machen. Das haben wir schon gemacht. Und das hatte ich euch auch auf Instagram gezeigt. Und jetzt Achtung, zeige ich euch mal was. Beziehungsweise hört mal kurz zu. Hört ihr das? Wie knusprig die sind. Und die hier, die sind halt total eingesuppt in Fett. Das ist jetzt noch ein bisschen heiß. Aber ihr wisst ja, meine Finger sind das gewohnt. Und deshalb hier die Serviette drunter, weil die eben voll fett sind. Sieht man hier. Und hier ist eben überhaupt kein Fett. Und die sind trotzdem super knusprig. Wir sind jetzt total voll gefuttert. Und ihr könnt schon sehen, draußen scheint die Sonne. Yeah, sie ist endlich rausgekommen, die Sonne. Wie gesagt, ich habe sie ja mitgebracht aus Italien. Wie die Sonne ist da. Wie cool ist das denn? Ich nutze jetzt auf jeden Fall sofort die Zeit und gehe mit meinen Mäusen raus zum Inliner fahren. Ich nehme auch die Bella mit. Aber davor wollte ich euch noch ganz kurz meine ASOS-Bestellung zeigen. Denn in meinem letzten Video hatte ich euch ja auch eine Art Haul gemacht. Mit den Dingen, die ich von H&M hatte. Und von Zara und so weiter. Aber das Licht wird halt immer schlechter. Natürlich abends. Es war auch 8 Uhr. Und es wird jetzt heute auch nicht früher, bis ich wieder zu Hause bin. Deshalb jetzt ganz, ganz kurz die ASOS-Bestellung. Und was ich euch noch sagen wollte zu dem Air Fryer. Ich habe noch einen richtig, richtig krassen Rabattcode für euch bekommen. Und zwar könnt ihr da 20 Euro sparen, was eine ganze Menge Geld ist. Aber nicht nur auf den Air Fryer, nein, sondern auch das ganze Sortiment bei Mediashop. Verlinke ich euch sehr, sehr gerne mal unten in der Infobox. Auch wie der Rabattcode sich eben genau nennt. Könnt ihr gerne mal reinschauen, falls euch das Produkt interessiert. Beziehungsweise, falls euch irgendwas anderes auf deren Seite gefällt. Also gut, ganz kurz zur ASOS-Bestellung. Und zwar habe ich mir diesen Jeansrock hier bestellt. So sieht der aus. Ich fand den irgendwie richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Dann habe ich mir einen Pyjama gekauft. Eine Art Hoodie. Pyjama. Den hatte die Gürste an, als wir uns bei den Conjos getroffen haben. Und irgendwie hatte sich dann jeder nachbestellt. Die Tara hatten sich bestellt. Die Steffi hatten sich bestellt. Ich glaube auch die Kim. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Jedenfalls war der ständig dann ausverkauft. Und der ist so, so schön an der Gürste gewesen. Und deshalb wollten wir den dann alle haben. Der ist ganz, ganz kuschelig, weich. Das ist so eine Art Niki. Und das Coole daran ist, das Oberteil. Weil es nämlich so über die Schulter geht. Pyjamas sind ja normalerweise nicht so cool oder nicht so sexy. Aber dieser hier ist richtig genial. Jetzt könnt ihr das gar nicht so richtig schön erkennen. Aber wie gesagt, er geht so über die Schulter. Und ist total leger, bequem. Und sieht richtig, richtig geil aus. Ja, sorry. Muss ich jetzt mal sagen. Dann habe ich mir noch zwei Paar Schuhe bestellt. Und zwar haben die jeweils nur 10 Euro gekostet. Einmal diese hier. So, total unspektakulär vielleicht, denke ich jetzt. Aber, wenn ich unterwegs bin mit den Kindern oder mit der Bella. Auch mal auf dem Spielplatz mit den Kindern oder so. Im Sommer oder jetzt eben im Frühling, wenn die Sonne dann rauskommt. Dann trägt man ja manchmal auch keine Söckchen. Und dann finde ich solche Schuhe, ja, nach einer Zeit relativ uncool. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und deshalb habe ich da jetzt nicht so viel Geld investiert. Ich finde, die sind richtig genial. Haben auch sofort gepasst. Und da habe ich mich gefreut, als sie angekommen sind. Jawohl. Und jetzt, wie gesagt, gehen wir raus. Die Bella wartet auch schon. Da liegt sie. Und ich freue mich, dass jetzt endlich die Sonne scheint. Jawohl. Also, dann würde ich sagen, nehme ich euch noch weiter eine Runde mit. Und, ja, wir fahren jetzt in Liner, wie gesagt. Ich muss jetzt nochmal heimfahren zusammen mit dem Lassi, weil es so windig ist und kalt. Jetzt geht es gerade. Ich hoffe, ihr hört mich. Aber wir haben jetzt unbedingt eine Jacke gebraucht, obwohl es so sonnig ist. Aber, hey, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und man muss ja am Tag auch mal rausgehen, ne, mit den Kindern. Da ist ja der Lassi. Ist dir kalt, Lassi? Nö. Jetzt geht es, ne? Ja, mit Jacke geht es. Und da ist die Bella. Die rennt uns hinterher. Und weiter geht's. Das macht doch am meisten Spaß, oder? Berg runter zu fahren. Naja, so ein Berg war das jetzt nicht, aber ich musste nicht anstupfen. Ich überhole dich. Kurze Pause. Da, Lassi. Bitte. Boah, der Winter macht mich fertig. So, meine Lieben, ich wollte mich noch ganz kurz von euch verabschieden. Eigentlich wollte ich das draußen machen, aber es ist so, so windig. Es war richtig schön jetzt, ein bisschen Inliner zu fahren mit dem Lassi und mit der Bella. Ich kaufe jetzt noch schnell ein und dann muss ich ins Büro. Ich bekomme ja heute Abend Besuch. Und dann möchte ich lecker kochen, hatte ich euch ja erzählt. Deshalb verabschiede ich mich jetzt mal hier an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Der war wieder recht lang. Sorry dafür, aber heute ist ja Sonntag. Vielleicht habt ihr wieder ein bisschen länger Zeit, euch das Video anzuschauen. Und ihr freut euch. Ich bekomme ja immer Feedback, dass ihr euch lange Videos wünscht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie es eben für euch am besten ist. Lange Videos oder etwas kürzere Videos. Ich versuche ja immer so einen Mix zu machen. Also unter der Woche ein bisschen kürzere und dann am Wochenende längere Videos. Aber lasst mir gerne euer Feedback dazu da. Ansonsten könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Denkt auch an meine Rabattcodes. Rossellamir17 bei MeinPunkt und Mediashop. Die 20 Euro Rabattcode verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Jawohl. Und jetzt fahren wir los. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.